Hier ist das Ergebnis von der gefriergetrocknen Zuckerwatte. Auf den ersten Blick sieht eigentlich noch alles genauso aus wie davor. Die Fluffy-Saft-Zuckerwatte war von der Konsistenz einfach total komisch. Die andere Zuckerwatte war noch relativ normal, war aber beides nicht sonderlich positiv. Das Ganze war leider also ein richtiger Flop.